So. Süß. Was? Okay. Mach dich nicht lustig über Blue. Alter, ja. Sicherlich. Überhaupt nicht krank. Nein, nein. Warum auch nicht? Hä, wo soll ich hin? Äh, über dir. Hä? Ja, ich bin rausgelaufen. Was? Wir haben eine Freundschaft? Das ist das größere Bündnis. Ach, da oben. Ich finde das so lustig mit diesen Transportröhren. Oh, irgendwie kratzen. Oh, das tut so weh. Ah! Ah! Was passiert? Äh. Oh, tut das weh. Das ist ja ein richtiger Krampf oder so. Oh. So, jetzt sind die Dinger fahren dann aus, oder was? Ja, du musst oben, dann ich muss runter. Glaub ich. Ja, dann gehen wir runter. Nicht hier. Warum auch nicht? Nicht wahr? Lass uns das mal alle sterben. Das ist ja unser neues Hobby. Wir sterben. Jetzt brauchen wir wieder hier für so einen Kack fünf Stunden. Äh, du musst das Portal ein bisschen ordentlicher setzen. Hä? 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 Du, oben. Ich, runter. Ok. Ähm. ach so hast du die muster ja ich überlege gerade selber was ich hier drücken muss ach so okay dieser dieser strudel er zieht mich in seinen zwang ich habe mich ein bisschen informiert und herausgefunden das orange und verräter auf dieselbe lateinische wurzel zurückgehen ja ja leck mich hallo diese schmerzen es wäre sinnlos bloß gefühle zu verletzen doch wer sich den test genauer ansieht merkt sofort wer hier der eigentliche held ist haha ich bin der held ha du stirbst du hattest recht orange blu war blöd genug in deine falle zu tappen nein das habe ich nie gewahr sagt das habe ich nie gesagt also das ist eine pure lüge das gibt einen punkt für mich eigentlich wollte ich gar nicht drauf springen ne doch ist einigermaßen glaube ich richtig aber was passiert mir überhaupt das hier drücken ah da geht das ding auf was geht auf das da oben ach so ja ich muss einfach noch richtig fliegen denkt doch darüber also das geht schon mal nicht oder was nö was ist wenn ich jetzt das das so mache ja dann geht's auch nicht doch geht ja ich bin runtergeflogen aus versehen na ja aus versehen genau den knopf ach da hinten kommt jetzt bei dir was raus kannst du das umstellen irgendwie dass es andersrum geht ach ne warte ne du kannst durchlaufen aber das geht so nicht hä was wirst du unten jetzt kommst du nicht mehr hoch mach mal den strahl da hin hä wieso so hat der ball einfach weg aber erstmal setze ich mich da hoch da aufgefangen wirst dann gehst du durch jetzt könnte ich jetzt nur noch warte 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 hier drüben was hinsetzen ändere mal das portal hier hin um das so drüber ja also das gelbe kommst du da hin zurück komm ich hin ja ich versuche jetzt einfach zu cheaten kein bock mal hallo ball ich hab's hinbekommen also ball komm so jetzt muss ich wo muss denn der scheiß ball hin zu dir oder ich weiß es nicht ich hab kein plan da da ist er da oben ist ein laser da oben ist ein laser da da oben ist er hä hopps jetzt musst du nur noch einen ball reinkriegen jetzt musst du das halt umändern wieder nachher äh soja und dann der oh ja dann ist der ball weg genau ja aber was macht er nicht deine portale sind auch weg meine portale ist oh oder ich mach's einfach so dass ich dir den ball gebe geht das ich könnte jetzt nehmen ja ja dann keine ahnung warte dann ich könnte mal eine sache probieren warte mal warte 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 noch nichts probieren ja doch wenn ich jetzt hier oben wenn ich jetzt hier oben hinsetze ja ja stimmt du musst es machen du musst es machen dann kann man dort reinspringen obwohl warte ich muss es machen weil deine portale gehen ja weg aber wie kriegen wir ne würfe hier durch nee 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 warte warte aber müssen wir gar nicht warte warte ich will mal wir können ja mal probieren wir haben ja Zeit nee warte ich hab die Lösung gut dann sag äh mach dein portal so wie also dass man da rüber kommt dann nimm den ball mit der wird eh wieder kaputt gehen aber den kannst du oben anfordern und dann geh da hier hin und spring da rein äh das war zu niedrig blu das hast du genau richtig vorher gesehen aha jetzt hinter meinem Rücken weiter rum mhm schön aah dir war es irgendwie so einfach du musst glaube ich das ganz oberste machen ne das da ja so hatte wie ruhig das hier drin ist oh ne wird mischt hä was hast du gedrückt ne nichts dadurch dass ich durchgehe wird das Material gelöscht ich muss warte komm nochmal zurück ja ich bin ja hier ich glaube ich muss einfach nur dich da warte lass einfach ausprobieren mach zack dann bist du da sag mal du denn da hinten bist ich bin hinten ja kannst du diese dinge da eigentlich warte mal ja du kannst die dinge runter machen auf denen du den knopf drückst ah das habe ich ja seit Anfang an gemacht da stelle ich die ganze Zeit drauf aber das kann ich den Ball anfordern so happen hab ich jetzt gemacht oh warte hab da das jetzt gemacht oder warte lass mich das nochmal machen ah ne hast du hast es okay mach mal das Tor hier auf Tor? da also hier wo ich grad bin okay es öffnet nur so hier hm 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 hä aber du hast doch gar keine Portale platziert oder? ne das bringt auch nichts weil sobald ich durchfliege dann sind sie ja weg ja dann komm runter dann ist doch alles gut dann haben wir es geschafft ja Wien ja Wien ich komm hier nicht runter nein du musst nein 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 du musst hier hin einfach hier runter gehen und dann kannst du links ja und dann ist nämlich du hast keine Portale ach so stimmt ja stimmt ja ich hab ja keine Portale und dann machst du die hin so simpel ach so ist okay okay gut ausgezeichnet ihr macht euch beide sehr gut dankeschön nach dreieinhalb Jahren haben wir es endlich mal geschafft ein leichtes Level zu schaffen wir sind stolz wie die einfach immer auf dich geht ich mag sie nicht jetzt dauert sie eine halbe Stunde bis es lädt orange blue und ich sprachen eben über dein Verhalten in den letzten Tests wow was 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 hast du gemacht ich hab nichts gemacht es wackelt einfach alles ach jo unten irgendwas passiert guck den Schatten guck dir die Schatten an guck dir die Schatten an was passiert hier hey booh alter ähm ok dann würde man nur hey ok da drüben ist ein Würfel ok ok du musst erstmal hochkommen wie komme ich jetzt dort hoch ah ich weiß es ach so da drüben ist auch noch ein Ding ok und jetzt hä warum muss der Krümung woran kommen damit ich ja drüber kommen nein das ist schon geh rein geh rein du musst dann aber auf der Seite sein erst muss ich warten müssen können achso so so und dann muss ich das gleich umändern hab ich das richtig ausgewählt hä nein du hast den falschen Punkt gewählt achso du musst das die Schräge das bloß ich äh angesteuert hatte das hättest du also ich muss hellblau benutzen du musst hellblau und zwar musst du hellblau aber ja ich muss warte ich weiß es ok bist du ganz oben bist du ganz oben wird nichts doch ja wo bin ich jetzt hallo ich bin ich bin unten hä bist du nicht hä du fallst ja nach unten ja aber sobald du das hellblaue wegmachst was unter mir ist passiert nichts mehr so jetzt würdest du das hellblaue wegmachen und dann passiert wieder nichts du musst das blaue wegmachen das Lederne wenn dann ah ja so 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 und dann musst du was willst du dann weitermachen warte warte lass erstmal du musst dann auf diesen scheiß das Dingster Klotz gehen äh was so wichtig ja ich weiß nicht naja ich weiß schon was was man was machen muss falscher Knopf nee das also ich will schon was man machen müssen ich will schon ich will schon ich will schon nein das war falsch ne ich war nicht ganz oben nein 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 geh hin geh wieder hin und also mach dein Portal da oben hin mach mach dein anderes Portal da unten hin das ist dann gehst du rein ist drinne jetzt steigst du ganz nach oben machst dann dein Portal hier hin dein hellblaues und so und so und jetzt bist du drüben angekommen und jetzt muss irgendwie was sein damit ich hochkomme oder wir hochkommen ach ne jetzt musst du das hier hinsetzen ah gut ok hä ja ist schon in Ordnung ist schon in Ordnung jetzt springen wir mal beide hier rein oh ne das geht nicht das krieg ich nie hin ne das krieg ich nie hin ah ich hab wieder das falsche ausgewählt oder wie soll denn das gehen das war ich mich grad warte komm ne du kommst doch bestimmt von ne warte mal ne ne mit was lenke ich den Strahl ach ne das geht gar nicht ne du musst dein hellblaues dann ändern du musst den hellblaues an die Schräge ran machen ja dann flieg ich aber nur bis hier hin dann stürze ich da nach unten ja so aber in in der Zeit muss ich nämlich hier wieder ändern ok so jetzt fliegst du da drauf und was mit dir ähm jetzt bist du ja warte mal jetzt bist du da drüben wir müssen einfach das gleiche machen jetzt ist natürlich die Frage ob du rankommst ja kommste oh ja aber ich komm aber ich komm nicht mal in die Schräge ran das ist ja das Problem ja das kann ich ja dann umändern ne ich mein mein das ist der Unterfall also da oben da komm ich nicht dran ach so hä vielleicht im Flug aber das wird glaube ich etwas schwieriger welches muss sich ändern äh du musst dieses Leder ne ach ne fuck ja meine Schuld gut das ist ja warum du musst du das von drüben ändern ja also doch das hellblaue ok und ändern dann halleluja wir haben es geschafft ja zwar ist für diese Tests Teamarbeit nötig aber ich glaube nicht dass ich euch im zweiten vertraue sie vertraut uns nicht ja das ist klar am Ende werden wir uns doch gemeinsam auseinander genommen oder was ja 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 ja